Die hier in Berlin gerade den Hype des Jahrhunderts haben, aber ich weiß nicht, Alter, nur bedingt irgendwie zwei, drei Songs im Jahr rausbringen, weil die schon nach ihrer ersten Nummer so Erpresser an der Backe hatten, die die festmachen wollten. Habe ich auch mitbekommen, ich glaube auch, wie du meinst. Deswegen bringt er einfach keine Musik raus, der Junge, oder? Oh mein Gott, Alter. Aber ich verstehe das, er hat keinen Bock, er hat keinen Bock. Ja, aber oh mein Gott, dass es so weit gekommen ist. Ja, verstehst du, er hat keinen Bock, Dicker, er hat keinen Bock. Er sagt, wenn das der Preis ist dafür, dass ich Musik mache, Alter, dass ich jetzt die ganze Zeit mich irgendwie von irgendwelchen Leuten belagert werde, dann scheiß drauf, ich mache gar keine Musik, ja? Was ist das?